Musik Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren. Und damit tatsächlich wirklich niemand verwehren muss, gibt es die Firma Drinkfest in Lustenau. Unter der Leitung von Werner Geiger. Trinkfest ist der Getränkelieferant für jeden Anlass. Von Mineralwasser, Säfte, Bier, Wein, Spirituosen. Hier findet Mann und Frau, was das Herz begehrt. Musik Automaten-Service bis hin zu jeder erdenklichen Festveranstaltung. Hier findet der Festlmacher alles, was für eine sorgenfreie Party vonnöten ist. Bierbänke, Stehtische, Gläser und Equipment. Musik Und Kühler in allen Größenordnungen, damit auch wirklich nichts warm wird. Musik Das alles wird selbstverständlich, wenn gewünscht, direkt zum Kunden gebracht. Musik Getränke, die nicht gebraucht wurden, werden gerne wieder retourgenommen. Das garantiert, dass ihnen auf der Party wirklich nichts ausgeht, weil sie die Trinklaune ihrer Gäste unterschätzt haben. Musik Aber selbst, wenn man nichts Großes vorhat, sondern vielleicht einfach nur mal seinen Kühlschrank auffüllen oder seinen Weinkeller bestücken will. Bei Trinkfest in Lustenau lässt sich dafür auch gut einkaufen. Eine feine Auswahl an Weinen gibt es hier, die selbstverständlich vor dem Kauf auch verkostet werden darf. Musik Musik Und für die Heimbar findet sich hier eine unglaubliche Auswahl an Spiritosen. Musik Neben importierten Spiritosen gibt es natürlich auch was, typisch Vorarlbergerisches. Einerseits die eigene Kräuterlimo, andererseits das eigene Bier, gemeinsam mit dem Partner Ganalgetränke. Graf Anton heißt es, benannt nach dem letzten Montfort Graf, der seinen Lebensabend als Gastwirt verbrachte und sein eigenes Bier braute. Bei Trinkfest gibt es dieses in sämtlichem Brauvariant. Musik Ein Fest hinterlässt natürlich auch neben, ab und an einen Kater. Auch schmutzige Gläser oder Becher. Ganz speziell und einzigartig in Vorarlberg, hier gibt es die einzige Spülmaschine für Gläser und Mehrwegbecher, die reinigt und trocknet. Als Komplettanbieter im Getränkebereich steht Trinkfest natürlich jederzeit mit Beratung zur Verfügung. Denn hier kennt man sich aus, wenn es ums Fest und Trinken geht. Musik Musik Kabel